Hallihallo, wir sind David und Fuli, ein Singer-Songwriter-Duo und wir stellen uns heute ein paar Fragen und schauen mal wohin das geht. Na gut, dann mach ich mal. Also, bist du ready? Sachertorte oder Kaiserschmarrn? Sachertorte. Kaiserschmarrn. Ist nicht so meins. Warte, dann gebe ich... Sachertorte. Wann hast du angefangen Musik zu machen? Ähm, mit dir eigentlich, also mit acht bei den Wiener-Sängern kommen. Eigentlich, oder? Schon, ja. Ja, das musst du mir sagen. Was wärst du, wenn du ein Musikinstrument wärst? Ähm, ein Timpani. Geil. Okay. Next. Zimpani. Der schönste Ort Wiens? Easy Frage, oder? Ähm... Boah, nein, ich find das nicht so easy. Ich find, äh, kennst du den Nordsteg? Diese komische Brücke beim... Das war früher so ein Autoübergang. Mhm. Und da kann man jetzt hingehen? Zu Fuß? Nein. Nein. Das ist ziemlich geil. Okay, passend. Cool, dann fährst du mal hin. Ja. Wo in Wien bist du schon überall aufgetreten? Boah. Ähm... Das ist schwierig. Ja. Mit den Sängerknaben sind wir fast überall aufgetreten, denke ich. Und angefangen vom Musikverein zu Goldner Saal. Und jetzt noch ein paar, eben mit der Fululu, also David und Fuli, ein paar Gigs geben wir auch, ähm, ja, keine Ahnung. Am Spittelberg warst du, oder? Ja, Theater im Spittelberg, stimmt, ja. Was? Ja, ist so heftig. Crazy. Schaut aus. Na gut. Ja, schade. Ähm, wenn wir gerade zu einem Konzert sind. Mhm. Wann spielen wir das nächste Mal? Ähm, am 14. August. Wo? Beim Kultursommer. Ah, Kultursommer, ja. Schicks. Ähm, und sonst hoffentlich auch immer wieder in Wien. Ähm, auf jeden Fall wär's cool, wenn man uns auf Social Media einfach folgt. Und dann, ähm, kann man das immer... Weiß man alles Bescheid von uns. Fast. Super, danke für's, für die Fragen. Butcher Herman. Ach, ha, ha, ha! Gott. Mesmer. Mann. Mann. Vielen Dank.